So, hallo und willkommen zu einem weiteren Video in diesem Python Tutorial. Heute machen wir weiter mit dem Importieren von Modulen bzw. Packages, von dem Installieren von Modulen, das heißt von Modulen, die nicht direkt mit der Standardbibliothek von Python mitkommen, aber auch mit dem Importieren von Funktionen aus unseren eigenen Dateien, die wir erstellt haben und was wir auch heute noch einmal sehen werden, Stichwort Name Main, was euch vielleicht auch schon mal über den Weg gelaufen ist, das werden wir uns heute auch noch mal anschauen. Wir starten mit dem wichtigsten Keyword in dem Kontext hier und zwar das Keyword Import. Import wird genutzt in Python, um Module, Funktionen und so weiter etc. zu importieren. Wir haben das auch schon mal gesehen innerhalb dieses Tutorials, um, ich weiß nicht mehr, welche Module wir importiert haben, vielleicht das Mathe-Modul, aber um sozusagen Module, die in der Standardbibliothek von Python schon enthalten sind, zu importieren, damit wir dessen Code verwenden können. Hier importieren wir einfach mal das Random-Modul, dass es geeignet wird, um Random-Variablen zu generieren. Wir nutzen es heute, um eine Attacke für Pikachu auszusuchen. Dafür sage ich einfach mal Attacken und schreibe ein paar Attacken runter, und zwar Donnershock, Tackle und die Donnerwelle. So, und jetzt möchte ich eine Attacke auswählen. Dafür sage ich einfach mal Chosen Attack und sage jetzt Random. Das heißt, ich referenziere das Random-Modul und möchte die Funktion Choice haben. Was macht diese Funktion? Choose a random element from non-empty sequence. Die non-empty sequence wäre in dem Fall Attacken. Das heißt, wir übergeben einmal die Attacken. In dem Sinne soll die Funktion uns dann einfach eine Attacke auswählen, diese an Chosen Attack übergeben, und wir wollen sie dann darunter einfach mal printen in einem F-String und sagen, Pikachu setzt eine Chosen Attack ein. So, 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 so. Före den Code einmal aus und sehen, Pikachu setzt Donnershock ein und jetzt setzt Pikachu Tackle ein und dann setzt Pikachu wieder Tackle ein. Das heißt, es wird wirklich immer wieder random ausgewählt, welche Attacke hier verwendet werden soll, die dann übergeben wird, auch wieder random. Also nicht dann übergeben, sondern das random Ergebnis wird übergeben, wodurch dann das Ergebnis geprintet werden kann. So, was können wir noch machen? Rein theoretisch können wir auch einfach spezifische Funktionen aus den Modulen importieren, damit wir nicht einfach sagen, importiere mir dieses komplette Modul da herein. Dafür müssen wir einfach sagen, from random import choice. So, unsere IDE kennt random in dem Sinne halt jetzt nicht mehr. Random is not defined, weil choice in dem Sinne jetzt defined ist. Dementsprechend müssen wir random Punkt entfernen. Wenn wir jetzt über choice drüber hovern, sehen wir auch hier wieder die ganz klare Description. Choose a random element from a non-MP sequence, wie wir es gerade auch hatten. Genau. So, und so können wir spezifisch auswählen, welche Klassen oder auch Funktionen beispielsweise wir aus den Modulen importieren wollen. Rein theoretisch können wir auch sagen, from random import Sternchen, was so viel heißt wie from random import all. Sollte man definitiv nicht so machen, weil man in dem Sinne nicht weiß, ob Funktionen oder Sonstiges man hiermit einfach rein importiert. Es ist einfach keine schöne Vorgehensweise, weil man nicht genau deklariert, was man wie genau importieren möchte. Und man importiert sozusagen somit halt viel zu viel Code, den man möglicherweise gar nicht haben möchte. dementsprechend das unterlassen. Ich wollte es einfach euch nur einmal gezeigt haben. So, was können wir noch machen? Wir können natürlich auch nochmal fremden Code importieren. Das heißt sozusagen Module importieren, die wir von außerhalb beziehen, um diese Module zu verwenden innerhalb unseres Codes. Dafür gehen wir hier in unsere, also in meinem Fall ist es einfach in eine IDE, hier in eine ganz normale CMD. Wir können auch einfach sagen, Windows-Taste und dann CMD öffnen. Also hier so eine klassische CMD, wie ihr die kennt. Das ist bei mir einfach, beziehungsweise bei euch auch, wenn ihr einfach wie es Code verwendet, hier unten integriert. Das heißt, ihr könnt auch hier einfach ins Terminal schreiben. Deshalb schließe ich die einmal wieder. Und wir sagen einfach einmal pip install. Pip ist in dem Fall halt ein Package Manager. Install ist dann der Code, der verwendet wird, um zu sagen, dass ich was installieren möchte. Und in unserem Fall wollen wir einfach einmal NumPy installieren. Normalerweise macht man das eigentlich immer zuerst so hoch, weil wir NumPy jetzt global installieren. Normalerweise installiert man dies in einer virtuellen Umgebung. Dazu habe ich auch schon Videos auf meinem Channel, die heißen virtuelle Umgebung, Wend. Das ist einfach klarer zu machen. Das geht in dem Fall jetzt hier aber ein bisschen zu weit. Es wird dazu definitiv noch ein Kapitel geben, in diesem Python-Tutorial selber. Ist für uns aber erstmal irrelevant. Wir sagen einfach hier erstmal nur pip install NumPy und installieren das Ganze einmal global. In meinem Fall ist das Ganze auch schon installiert. Und zwar hier ganz normal bei meiner Python-Umgebung. Es wird, glaube ich, auch schon direkt als Bytecode installiert, damit es schneller ausgeführt bzw. bezogen werden kann. Und bei euch würde ein Download starten und es würde darunter stehen, dass NumPy in dem Sinne erfolgreich installiert worden ist. Bei mir wird nur noch geschrieben, dass ich pip mal upgraden sollte. Ist aber in dem Fall erstmal irrelevant. Um zu checken, ob die Installation wirklich funktioniert hat, könnt ihr auch hier runter nochmal schreiben, pip list. Und dann werden euch die einzelnen Packages aufgeführt, die bei euch aktuell global installiert sind. In meinem Fall ist es natürlich auch NumPy in der Version 2.1.2. So, und jetzt kann ich nicht lernen und einfach sagen, Import NumPy. Und es gibt jetzt eine weitere Möglichkeit, NumPy spezifischer zu installieren, und zwar mit einem Alias. NumPy wird normalerweise auch nie als NumPy importiert, sage ich mal, sondern es wird immer importiert als NP, also SNP als Abkürzung in dem Sinne. Pandas ist auch ein anderes, sehr wichtiges Python-Modul, wird als PD beispielsweise immer wieder importiert, nur damit ihr es einmal schon gehört habt. So, und in dem Fall habe ich jetzt NumPy vorliegen. Wenn ich hier drüber hover, sehe ich auch direkt schon eine Beschreibung. Und ich kann mir einfach hier drunter sagen, ich hätte gerne eine Zufallszahl und dafür referenziere ich mich auf das NumPy-Modul. Ach, genau, schon selber einen Fehler gemacht. NP. So, jetzt möchte ich hier in die Random, Random ist in dem Fall selber wieder ein Modul, wenn wir drüber hovern, genau. Steht drüber, hier irgendwie Modul Random, wo nochmal eigene Funktionen drin definiert sind. und hier möchte ich einfach mal die RantInt-Funktion aufrufen. Der übergeben wir einfach eine Zahl, in dem Fall halt eine 100 und jetzt gibt er mir, glaube ich, eine Integer von 0 bis 100 aus als Zufallszahl. So, dafür sage ich einfach mal Zufallszahl Print und dass er mir das ein paar Mal macht, sage ich einfach nochmal vor Underscore in Range 10 beispielsweise soll er mir einmal eine Zufallszahl printen und, äh, Mist, so. Natürlich muss er mir die Zufallszahl aber auch immer wieder neu erzeugen, weil sonst printet er mir einfach 10 Mal die gleiche Zahl. So, so, ich fülle das einmal aus und wir sehen hier, dass wir einfach unterschiedliche Zahlen haben. Die 80 kommt sogar zweimal vor. Das ist natürlich lustig und ein verrückter Zufall, sagen wir mal so, äh, wenn wir es so 10 Mal ausführen. Aber genau, eigentlich möchte ich euch, wollte ich euch damit nur zeigen, wie man sozusagen einmal Packages installiert und wie ihr ihnen einen weiteren Namen gebt. So, machen wir weiter mit dem Importieren von Funktionen beispielsweise aus eigenen, ähm, äh, Files. Dafür habe ich hier dieses File erstellt und zwar, äh, 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 genau, das File erstellt und innerhalb des Files steht die Funktion Pikachu underscore Attack. Das ist am Ende des Tages nur ein Print, aber den haben wir hier in diesem, äh, in dieser Datei vorhanden und nicht in unserer Importo-Datei. Dafür müssen wir einmal sagen From Pokemon Move Import und jetzt Pikachu Attack, was uns auch schon vorgeschlagen wird, weil unsere IDE erkennt, dass sich diese Datei auch im gleichen Ordner befindet. Wir können jetzt nicht einfach sagen Import Pokemon Move als Modul sozusagen, weil dieses Modul nicht installiert ist, sondern es handelt sich wirklich nur um eine Datei. Das heißt, dieser Import referenziert dann sozusagen auch tatsächlich hier auf diesen Ordner, auf diesen Speicherplatz, wo es sich dann dort gerade befindet. So, und hier drunter können wir dann einfach sagen Pikachu Attack, äh, Pikachu Attack, Pikachu Attack, eckige Klammern, äh, eckige Klammern, runde Klammern natürlich, führen den Code einmal aus und sehen hier, Pikachu setzt Donnerschock ein. So, und hier hat sich diese PyCache, dieser PyCache-Ordner gebildet, zusammen mit dieser Python-C-Datei. Was handelt es sich hier? In dem Fall handelt es sich einfach um bereits kompilierten Byte-Code. Das heißt, das, was hier drin steht, wird nochmal umgeschrieben in einen Code, der deutlich effizienter und einfacher zu benutzen ist von Python, damit der nicht immer wieder neu geschrieben wird und damit hier unsere Import-Datei schneller ausgeführt werden kann. Müsst ihr jetzt in dem Sinne nicht direkt erstmal verstehen. Werde ich, denke ich, auch nochmal ein separates Video zu machen, wie überhaupt dann dieses Ganze funktioniert, mit wie liest Python dann den Code ein, kompiliertes, interpretiertes, wie auch immer. Ist in dem Fall erstmal unwichtig. Ihr könnt das hier auch alles erstmal ignorieren. Das macht Python einfach alles automatisch von alleine. Aber ihr seid auch hiermit einfach in der Lage, Python-Code von weiteren Dateien rüber. zu nutzen, sage ich mal, in anderen Funktionen. So. Was wollen wir noch machen? Und zwar, genau. Dann sind wir auch schon so gut, wie am Ende der Gang gekommen. Und zwar geht es jetzt nur noch um Name und Main. Dafür schreibe ich einfach erstmal auf. If Name underscore underscore gleich gleich Main. So. Dann sage ich einfach mal, hier, Print. und dies wird nur ausgeführt, wenn Pokémon moves.py direkt ausgeführt wird. Und das ist auch schon am Ende des Tages genau die Erklärung. Und hier können wir auch nochmal sagen, Print, äh, nicht Print, sondern die Pikachu-Attack einmal ausführen. So. So, 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 so. Genau. So, und wenn wir das hier einmal ausführen, beziehungsweise wir können auch nochmal gucken, dass ich hier einmal Name printe. Das sollte nämlich eigentlich auch vorhanden sein. So, und einmal ausführen. Genau. So, in dem Fall ist auch Name gleich Main. Was bedeutet das? Name ist Main immer dann, wenn wir das File selber an der gleichen Stelle ausführen. Das heißt, wenn wir beispielsweise hier diese Pikachu-Funktion zum Beispiel importieren würden hier an dieser Stelle, wäre in dem Sinne halt diese Name nicht direkt wieder die Main, sondern es würde sich halt um Pokémon Move handeln, weil diese Funktion von dort importiert worden ist. Es ist tatsächlich jetzt ein bisschen komplizierter, weil ich euch direkt dem Import zeigen möchte. Ich möchte euch erstmal nur das Prinzip erklären von Name und Main. Also, bedeutet so viel, dass wenn diese Funktion hier so ausgeführt worden ist, wird auch hier genau der Code ausgeführt. Wenn wir jetzt hier aber sagen würden, Import Pokémon Move in dem Sinne, so, ich weiß gar nicht, ob er das irgendwie ansatzweise machen würde, das könnte sogar noch funktionieren. Ich führe es einfach mal aus. So, würde er in dem Sinne halt nicht sagen, weil der Funktionscode hier nicht vorhanden ist. Obwohl er hier die komplette Datei in dem Sinne, ja, komplett einmal importiert hat. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier funktioniert, wenn ich sage, hier Pokémon. Okay, er würde auf jeden Fall den Name auf jeden Fall aufrufen davon. Ich kann den printen. Wir können auch nicht die Funktion dort direkt so aufrufen, weil das nicht so funktioniert. Aber wenn ich das hier mal aufrufe, wäre hier in dem Fall halt der Name von der Pokémon Move Datei, der selbige Pokémon Dateiname von dieser Funktion, die dort enthalten ist. Wohingegen auch hier wieder in dieser Name Datei, wenn ich das hier einmal printen würde, das gleiche wieder bei Main wäre. Und so wird zu Name gleich Main. Das heißt, das wird einfach immer nur da hingesetzt, wenn wirklich der Code, der dort ausgeführt ist, nur dann ausgeführt werden soll, wenn genau die Datei und kein Import ausgeführt wird. So viel dazu. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und einen Kommentar. Beim nächsten Mal geht es weiter mit dem Logging. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.